Hallo Freunde, ich bin das Manni, also der Santa Manni, also der Manni Klaus, verstehst du? Advent, Advent, mein Schlitten brennt und die Zeit auch, weil Weihnachten steht vor die Tür. Das hier, das ist mein Geschenkesack. Ich habe nämlich schöne Dinge besorgt für euch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier Spiel bekommen. Hier, guckt ihr das an hier. Ich meine, das Spiel ist schon so ein bisschen älter. Ich habe da besseres Spiel für euch und zwar Bundesligaspiel. Ganz genau, einmal zwei Karten Augsburg gegen die Bayern und ihr fahrt, jetzt haltet euch fest, mit dem Mannschaftsbus dahin. So sieht das aus. Schön essen, trinken, feiern, das komplette Programm. Was haben wir hier? Schuhe. Ach so, klar, ihr könntet die Strecke natürlich auch laufen. Ich meine, Augsburg, München oder besser München, Augsburg, das ist normalerweise zu Fuß, aber lassen wir das. Ihr fahrt mit dem Bus. Deswegen geht einfach mal gucken auf Mannschaftsbus.de, da gibt es das MAN Adventsgewinn-Spiel und da könnt ihr mitmachen. So sieht das aus. Zwei Karten, Augsburg gegen die Bayern. Freunde, ich muss los. Das muss gestreut werden, bei uns im Schlafzimmer ist Frost.